Heute mit Pastor Joseph Prince. Preist Gott! Dankt Gott für all die wunderbaren Heilungen. Gott ist ein Meister im Heilen. Gott liebt es, Menschen aufzurichten. Gott liebt es zu heilen. Gott liebt es zu verarzten. Gott liebt es, wiederherzustellen. Gott ist kein Gott, der zerbricht, dich entmutigt oder bedrückt. Gott ist ein guter Gott. Er liebt dich. Er liebt dich. Und es gibt Menschen, die nicht einmal diese grundlegende Tatsache kennen, diese wichtige Tatsache über Gott, dass Gott ein liebender Gott ist. Und das ist der Ursprung und die Wurzel der Ursünde. Der Teufel kam zu Eva und sagte, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft nicht von jedem Baum im Garten essen? Der Teufel tut immer so, als wäre Gott nicht großzügig, als würde er euch etwas vorenthalten. Als ginge es ihm nur um sein eigenes Wohl, als würde er sich nicht um euch kümmern. Aber das Kreuz von Jesus Christus zerstört diese Lüge, weil Gott, der uns so sehr liebt und der Jesus nicht hätte hingeben müssen, seinen Sohn sandte, um für unsere Sünden zu sterben. Amen? Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass Gott heute gerecht ist, wenn er uns gerecht spricht. Die Frage wird im Buch Hiob gestellt. Wie kann ein Mensch, der von einer Frau geboren ist, vor Gott gerecht sein? Selbst unsere Gedanken sind Sünde. Wie kann also ein Mensch von einer Frau geboren, vor Gott gerecht sein? Wir werden uns das in Kürze ansehen. Doch das Erstaunliche ist, Gott hatte einen Plan. Und vergesst nicht, dass Gott ein heiliger Gott ist. Wenn Gott bei seiner Heiligkeit Abstriche machen würde, würde das ganze Universum auseinanderfallen. Dann würde Gott nicht zu seinem Wort stehen. Wir nennen das den rechtlichen Teil Gottes. Seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit. Doch die Bibel definiert Gott nicht durch Heiligkeit. Sie sagt, Gott ist heilig in all seinem Handeln. Gott ist heilig in allem, was er tut. Deinem Haus geziemt Heiligkeit, o Herr. Aber das Wesen Gottes ist Liebe. Das bedeutet, Gott ist selbstaufopfernd. Und wir sehen seine Selbsthingabe am Kreuz. Gott liebt uns einfach. Wir möchten Gott immer einen Grund dazu geben, uns zu lieben. Wir versuchen, ihm einen Grund zu liefern. Aber dadurch wird seine Gnade nur vereitelt. Gott liebt uns um seinetwillen. Gott ist gut zu uns, weil er gut ist, nicht weil wir gut sind. Gott ist gut zu dir, weil er gut ist. Unsere Freude muss in ihm sein. Amen. Gott hat also einen Weg gefunden, wie Christus für unsere Sünden haftbar gemacht werden konnte, indem er dafür starb. Die Heiligkeit Gottes nahm unsere Sünden und legte sie auf Christus. Dies wurde durch die Jahrhunderte hindurch angedeutet. Von der Zeit Adams im Garten, als Gott die Tiere tötete, um Adam und Eva zu kleiden, die soeben gesündigt hatten, als Beweis dafür, dass es ohne Blutvergießen keine Sündenvergebung gibt. Und fortan deutete jedes Passalam, jedes Lamm, jede Ochse, der auf die Altäre, die jüdischen Altäre gelegt wurde, auf die Tatsache hin, dass es einmal ein sündloses Lamm geben würde. Als Jesus kam, zeigte Johannes der Täufer auf ihn und sagte, seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinweg nimmt. Schließlich kam er. Gott kann keinen Menschen auf der Erde finden, der für uns stirbt, weil jeder Mensch Sünde in seinem Blut hat. Und deshalb die Jungfrauengeburt. Die Geburt durch eine Jungfrau, in die das Baby gelegt wurde. Der Same, der ewige Same, das ewige Wort, das Fleisch wurde. Er, der am Anfang bei Gott war. Es gibt keine drei Götter. Das Geheimnis der Dreieinigkeit ist, drei in einem und einer in drei. Doch von ihm, der am Anfang bei Gott war, heißt es im Buch der Sprüche, ich war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Dieser kam herab. Er wurde als Fötus in den Schoß seiner Mutter gelegt. Und deshalb gab es kein menschliches Zutun. Denn Gott kann nicht zulassen, dass menschliches Blut das Baby beeinträchtigt. Das ganze Blut des Babys kam direkt vom Vater. Und die Wissenschaft weiß, dass auch Mutter Maria nicht ihr Blut geben kann. Die Plazenta dient nur dazu, dem Baby Nahrung zuzuführen und Abfallstoffe vom Baby wegzubringen. Gott in seiner Weisheit wusste all das, bevor die Medizin das herausfand. Und der ganze Zweck war, dass dieses Baby geboren wurde, um das vollkommene Lamm für all unsere Sünden zu sein. Und nun, da er gestorben ist, hat Gott einen Weg gefunden. Einen Weg, bei dem seine Heiligkeit nicht in den Hintergrund gedrängt werden muss. Wo Gott quasi sagt, ich weiß, ich weiß, ich bin gerecht. Ich weiß, ich muss die Sünde bestrafen, wie ein Richter. Ein Richter taugt nichts, als wenn er nur hinter seinem Schreibtisch sitzt und ein Urteil spricht und der dann den hartgesottensten Kriminellen freispricht, weiterhin kriminell zu sein und Straftaten zu begehen und lässt ihn davonkommen. So ein Richter ist kein Pfifferling wert. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Er sollte mal gründlich untersucht werden, nicht wahr? Eine Gesellschaft zerfällt, wenn es kein Recht und keine Ordnung gibt. Gott ist also gerecht und kann bei seiner Gerechtigkeit keine Abstriche machen. Doch am Kreuz ist der gerechte Christus für uns alle gestorben, für die Schuldigen, der Unschuldige, für jene, die gegen Gott gesündigt haben. Gott hat einen Weg gefunden. Und, liebe Gemeinde, wenn Gott nun den Sünder, den armen, elenden Sünder abweisen würde, dann würde Gott sinngemäß sagen, was Jesus am Kreuz getan hat, war vergebens. Und Gott würde sich bei Jesus entschuldigen müssen, was er nicht tut, denn Gott entschuldigt sich bei niemandem. Wisst ihr, warum Gott sich bei niemandem entschuldigen muss? Weil er in seinen Worten, Gedanken oder Taten nie einen Fehler gemacht hat. Gott ist gütig, aber er muss sich nie entschuldigen. Ich weiß, einige von euch wollen, dass er sich entschuldigt. Das kann er nicht. Er ist nicht wie ihr und ich. Er wird nie ein Wort zurücknehmen müssen. Er muss nie etwas rückgängig machen, was die Werke seiner Hände betrifft. Er muss nie Buße tun. Wir müssen es. Gott muss es nicht. Gott muss sich also, wie gesagt, nicht bei Jesus entschuldigen, denn Gott sandte Jesus zu diesem Zweck, damit jetzt seine Heiligkeit verherrlicht wird. Wenn der Teufel zu Gott kommt und sagt, wie kann diese Person, dieser Bruder da drüben, dich wie ein Sohn anbeten, sagt Gott, er ist mein Sohn. Wie kann das sein? Gott sagt, weil seine Sünden bezahlt worden sind. Nein, du sagst, dass jemand, der sündigt, sterben muss. Und Gott verweist den Teufel auf das Kreuz. Ich verrate euch etwas über den Teufel. Er versteht das Gesetz. Gnade kann er nicht verstehen. Gnade ist jenseits seines Horizontes. Versteht ihr? Der Teufel ist ein Anwalt. Nun möchte ich all unseren Anwaltsfreunden sagen, Jesus ist ein Anwalt seit 2000 Jahren und vertritt uns zur Rechten des Vaters. Versteht ihr? Deshalb muss ich heute die grundlegenden Fakten erläutern. Gott ist gerecht, wenn er dich und mich gerecht spricht. Der Grundgedanke ist, dass Gott, wenn er dich nicht gerecht spricht, wenn er den Sünder nicht gerecht spricht, ungerecht ist. Wem gegenüber? Dem gegenüber, was Christus getan hat. Nun sagt ihr aber, Pastor Prince, wieso kann mein Gott uns ohne das Opfer Christi nicht gerecht machen? Was für ein großes Opfer, was für ein teurer Preis den Gott zahlen musste. Nein, es gibt keinen anderen Weg. Die Sünde muss bestraft werden und die Sünde ist bestraft worden. Unser ganzes Leben voller Sünden wurde am Leib von Christus bestraft. Das ist also keine Verharmlosung der Sünde. Vielmehr zeigt es, wie ernst und wie schrecklich die Sünde ist, dass der Sohn Gottes sterben musste. Auf der anderen Seite zeigt es uns die Liebe Gottes, wie wunderbar Gottes Liebe ist, wie sehr er uns liebt. Denn es war sein Sohn, der starb, nicht du und ich. Preist ihn, Gemeinde. Das ist ein herrliches Evangelium, das wir predigen. Das ist die wunderbare Erlösung, die Christus für dich und mich vollbracht hat. Die Bibel sagt, ich verwende die Sprache des Römerbriefs, der vom Heiligen Geist inspiriert ist, Gott ist gerecht, wenn er euch gerecht spricht. Mit anderen Worten, Gott ist nicht barmherzig oder mitleidig, wenn er euch gerecht spricht. Es ist nicht so, dass Gott sagt, weißt du, ich kann dich gerecht machen und dergleichen, egal ob es das Kreuz gibt oder nicht. Ich kann dich gerecht machen. Nein, Gott kann das nicht. Dann wäre er nicht gerecht. Gott muss eine Grundlage legen, um dich gerecht zu machen und diese Grundlage wurde durch das Kreuz von Christus geschaffen. Ist Gott nicht gut? Stell dir vor, du hast einen schrecklichen Verbrecher vor dir und du bist der Richter. Einen schrecklichen Verbrecher, einen Serienkiller und er steht vor dir? Doch nun, da er vor dir steht und du der Richter bist, empfindest du Liebe in deinem Herzen für ihn. Das ist doch nicht nur seltsam. Das ist super schräg. Wie viele verstehen das? Ich meine, du siehst ihn an und hast Mitleid mit ihm. Du empfindest Liebe für ihn. Nicht wegen seiner Taten, sondern weil du so bist, wie du bist. Und nicht nur das. Du willst etwas für ihn tun. Und was? Du willst seinen Platz einnehmen. Das ist wirklich doppelt verrückt. So würden wir denken, nicht wahr? Ich meine, es gibt niemanden auf der Welt, der das tun würde. Und um das Ganze noch schlimmer zu machen, du empfindest nicht nur Liebe für ihn, du willst nicht nur seinen Platz einnehmen, du willst ihm auch die Fülle deines Besitzes und du hast hektarweise Besitz und dein Erbe schenken. Du willst es ihm einfach schenken. Von nun an wird er in deinem Haus leben, während du an seiner Stelle stirbst. Du sagst, vergiss es, so einen Menschen gibt es nicht. Aber es gibt einen. Diesen Gott, den die Welt mit allen möglichen Namen anruft. Und sie verweisen auf ihn, nicht wahr? Als den Gott da oben, den Allmächtigen oder was auch immer. Das ist er. Er liebt uns. Er liebt Sünde, okay? Und er gab seinen Sohn, um für uns zu sterben. Was für ein Gott. Welch herrlicher Gott. Und die Welt da draußen denkt immer noch, Gott sei gegen sie. Nein, Gott ist für sie. Gott hat ein Lösegeld für sie bereitgestellt. Heute möchte ich ganz kurz auf die Geschichte von Hiob eingehen. Ich habe in den letzten Predigten immer wieder auf Hiob hingewiesen. Doch heute möchte ich auf Hiob selbst eingehen, um ihn zu verstehen. Ich weiß, in meinen Predigtreihen habe ich vieles davon schon erwähnt und die Schlussfolgerung daraus gezogen. Ihr merkt, ich liebe die Story von Hiob und ich liebe die Wahrheiten. Nicht das, was dem Mann widerfuhr, aber ich liebe die Wahrheiten, die Gott in diesem Buch enthüllt. Im Buch Hiob gibt es viele Darsteller, viele Akteure. Es ist ein sehr interessantes Buch. Im Kanon der Heiligen Schrift gehört das Buch Hiob zu den sogenannten Weisheitsbüchern. Das Weisheitsbuch Hiob. Die Bücher sind Hiob, Sprüche und Prediger. Das sind die drei sogenannten Weisheitsbücher. Und die Weisheit ist nicht die Weisheit englischer Dichtung. Sie ist in poetischer Prosa geschrieben, okay? Aber es ist keine englische Poesie. Es ist hebräische Poesie. Hebräische Poesie reimt sich oft nicht, doch sie bringt eine Wahrheit zum Ausdruck. Sie drückt eine Wahrheit aus. In den Sprüchen zum Beispiel gibt es manchmal zwei Zeilen, die dasselbe auf unterschiedliche Weise sagen. Oder auch zwei Zeilen, die gegensätzlich sind, um einen Vergleich anzustellen. Das ist also hebräische Poesie. Okay, seid ihr bereit? Schaut hier, Kapitel 1. Es war ein Mann im Land Uz, wo die Uzi-Maschinenpistolen herkommen. Der hieß Hiob. Der war ein untadeliger und rechtschaffender Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Und ihm wurden sieben Söhne und drei Töchter geboren. Ich dachte mir, dass es am besten ist, wenn ihr, bevor wir in die Hiob-Geschichte einsteigen, seht, was der Heilige Geist über Hiob berichtet. Damit, wenn ihr all seine Leiden seht, ihr nicht denkt, hier leider ein schlechter Mensch. Das ist kein schlechter Mensch, der hier leidet. Es ist ein Mann, der untadelig und rechtschaffen ist. Der Gott fürchtet und das Böse meidet. Vergesst also nicht, dass wir über jemanden sprechen, der heute, nach heutigem Maß, in der Kategorie der Gläubigen zu finden wäre. Jemand, den Gott durch das Blut seines Sohnes für gerecht erklärt hat. Jemand, zu dem Gott sagt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Und der dennoch einige Dinge durchmacht, bei denen man sich fragt, was da los ist. Okay? Ein Mann, zu dem die Menschen kommen und sagen, das erlebst du wegen deiner Sünde. Du leidest wegen dieser Sünde oder wegen deiner früheren Sünden. Aber stimmt das? Es gibt eine ganze Reihe von Lehren in der Christenheit, die besagen, dass, wenn man etwas Schlimmes durchmacht, es daran liegt, dass man etwas Böses getan hat. Dass man in der Vergangenheit etwas Falsches, etwas Sündiges getan hat. Du verlierst deine Kinder, deine Gesundheit, dies und jenes. Und sie sagen, du hast gesündigt. Ist das wahr? Ich möchte euch von Anfang an sagen, dass vieles, was Hiob wieder fuhr, übrigens, Hiobs Leiden war nur neun Monate lang. Bitte behaltet das im Hinterkopf. Das Buch besteht aus 42 Kapiteln, doch das meiste besteht aus Gesprächen. Verschiedene Akteure, okay? Die drei Freunde Hiobs, Hiob selbst und sogar eine dritte Partei, ein Typus für Christus, Elihu. Und dann haben wir noch Gott selbst und den Erzähler der Story. Es geht also um 42 Kapitel. Seid ihr bereit für die nächsten 42 Stunden? Wo ist der Aufruf? Alles klar, also keine Sorge. Der Herr ist mit mir, wisst ihr, und er ist gütig und langmütig und geduldig, auch wenn ihr es nicht seid. Ich sorge dafür, dass die wichtigsten Wahrheiten ankommen. Übrigens ist es das älteste Buch der Bibel. Hiob lebte höchstwahrscheinlich vor Abraham. Und obwohl es das älteste Buch ist, bedeutet das nicht, dass er der älteste Mensch ist. Er lebte vor Abraham. Das ist sehr interessant. Hiobs Wahrheiten handeln nicht von Israel, denn Israel gab es noch nicht. Israel wird aus den Lenden Abrahams hervorgehen. Israel ist Gottes Bundesvolk. Nach Abraham, von Abraham. Wenn man also keine Wahrheiten über Israel findet, dann findet man auch nichts über das Gesetz. Zwar spricht das Buch über Ehebruch, über Lügen, über das, was wir den Moralkodex nennen. Aber das Gesetz war Israel zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben. Und dennoch sind die Prinzipien allgemein gültig. Das müssen wir verstehen. So können wir in Hiob viele Wahrheiten erkennen. Übrigens ist es sehr interessant, dass das älteste Buch der Bibel viele wissenschaftliche Fakten enthält, lange bevor die Wissenschaft diese Tatsachen erkannt oder entdeckt hat. In Hiob 25 oder 26 heißt es zum Beispiel, Gott hängt die Erde über dem Nichts auf. Woher um alles in der Welt wussten Sie, dass Gott die Erde über dem Nichts aufhängt? Hat jemand einen Space Shuttle genommen? Ist in das Universum, in die Milchstraße hinausgeflogen und hat zurückgeschaut? Woher um alles in der Welt wussten Sie das? Gott, der Schöpfer, hat Sie inspiriert, das zu schreiben. In einem anderen Vers heißt es, der Mensch wird an seinen Händen erkannt. Und damit sind die Hände mit den Fingerabdrücken gemeint. Lange bevor das Abnehmen von Fingerabdrücken zu einer Technik, zu einer Wissenschaft wurde. Es wird beschrieben, dass Wolken Wasser enthalten, das Wasser ins Meer fließt und wieder aufsteigt. Im Buch Hiob wird von Kondensation gesprochen. Sehr interessant. Wenn ihr schon länger hier seid, wisst ihr ja noch, dass ich einiges zu dem Thema geschrieben habe. Das Buch spricht über den Orion, die Sterne, die Plejaden. Wenn du dich auf dem Meer verirrst als Seemann und du verlierst deine Fähigkeit zu navigieren und all das ist nicht mehr vorhanden, so gibt es eine Möglichkeit. Du kannst nachts in den dunklen Himmel schauen, um zu erkennen, in welche Richtung du fährst. Da gibt es das Kreuz des Südens. Gott hat das Kreuz aufgestellt, damit man weiß, wo Süden ist. Es sieht buchstäblich wie ein Kreuz aus. Und wenn du ein Kreuz findest, findest du den Weg nach Hause. Die Australier haben das als Flagge genommen, wenn ihr versteht, was ich meine. Doch es ist für alle da. Es gilt für alle. Aber wir werden uns jetzt nicht mit dem Hintergrund von Hiob und dem historischen Wahrheitsgehalt der Heiligen Schrift beschäftigen, okay? Das ist nachgewiesen. Wir werden uns nicht über wissenschaftliche Fakten streiten, auch nicht mit denen, die wissenschaftlich geprägt sind. Wir wollen die Wahrheiten, die Gott, der Heilige Geist uns vermitteln will, möglichst anschaulich auf den Punkt bringen. Also halten wir zunächst fest. Er ist ein Mann, von dem Gott selbst sagt, später als der Satan zu Gott kam, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Er nannte ihn meinen Knecht, einen untadeligen und rechtschaffenden Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. So nennt Gott selbst Hiob. Und das sagt Gott heute auch über dich und mich, dass wir aufrecht, untadelig und vollkommen in Christus sind. Nicht in uns selbst, sondern in Christus. Das sagt Gott über uns. Aber die Sache ist die, nur weil ihr vollkommen untadelig und aufrecht seid, heißt das nicht, dass es keine Wurzel gibt, die behandelt werden muss. Hört ihr zu? In uns allen, die Wurzel Nummer eins, die Gott aus unserem Leben entfernen will. Daher gibt es einige Dinge, die Gott in unserem Leben zulässt, damit diese Wurzel der Selbstgerechtigkeit, alle sind schuld, nur ich nicht, beseitigt wird. Der Pastor ist schuld. Diese Person ist schuld. Jene Person ist schuld. Ich bin es nie. Meine Eltern sind schuld. Meine Verwandten sind schuld. Die Regierung ist schuld. Das ist ein Zeichen von Selbstgerechtigkeit. Viele Menschen glauben nicht, dass sie selbstgerecht sind. Auch Hiob nicht. Doch ich sage euch hier und jetzt, die Wurzel all seiner Probleme ist Selbstgerechtigkeit. Nun, der Satan machte es noch schlimmer. Es gibt also etwas, was die Wort des Glaubens Bewegung, ich predige zwar auch das Wort des Glaubens, doch die Wort des Glaubens Bewegung glaubt nicht, dass Gott züchtigt. Ich glaube, dass Gott züchtigt. Doch damit will ich sagen, dass Gott uns züchtigt, wie ein Vater seine Kinder. Aber Gott züchtigt nicht durch Autounfälle, nicht durch Krankheit und Seuchen. Ebenso wenig, wie ein guter Vater jemanden umbringt, um ihn zu züchtigen. Wenn solche Dinge geschehen, wer ist dann der Akteur? Satan. Es gibt einen Teufel. Wie auch immer, Gott will diese Wurzel ausgraben. Also ließ Gott es zu. Es gibt ein Zulassen im Buch Hiob. Und manchmal, wisst ihr, wenn wir es im Sinne des Glaubens so extrem predigen, sagen wir, Gott hatte keine Wahl. Der Teufel kam zu Gott und der Teufel sagte, du segnest Hiob. Hiob ist gesegnet. Lest weiter. Ihr findet in Vers 3, dass er 7000 Schafe und 3000 Kamele besaß. Seht, wie reich der Typ war. Und der Teufel sagt, weißt du warum? Weißt du, warum er dich fürchtet? Weißt du, warum er dich fürchtet? Weil du ihn gesegnet hast. Nimm ihm alles und sieh, ob er dich immer noch preist. Gott ist nicht ein Gott, der sagt, ich habe keine andere Wahl, okay? Ich überlasse ihn dir, weil er Angst hat. Große Angst. Ich überlasse ihn dir. Das glaube ich nicht. Ich glaube jedoch, dass der Herr eine gewisse, wenn auch eingeschränkte Aktivität zuließ, um die Wurzel der Selbstgerechtigkeit in Hiob aufzudecken. Aber die Art und Weise, wie der Teufel das tat, war extrem. Und ich möchte euch sagen, ich glaube, vieles von dieser neunmonatigen Prüfung Hiobs kann euch nicht widerfahren. Eine Züchtigung? Ja, denn Gott liebt euch. Er möchte mit der Selbstgerechtigkeit aufräumen. Wenn ihr also einiges miterlebt, vergesst nicht, dass Hiob tatsächlich sagte, ich wünschte, es gäbe einen Schiedsmann. Ich wünschte, es gäbe... Wisst ihr, was ein Mittler ist? Jemand, der zwischen Gott und mir vermittelt, der an der einen Hand Gott und an der anderen Hand mich festhält und wie ein Anwalt verhandelt. Und Hiob hatte keinen. Ihr und ich haben ihn. Sein Name ist Jesus. Wir haben einen von uns, der in den Himmel aufgestiegen ist, und er sitzt zur Rechten des Vaters. Ich weiß, er ist Gott, aber dort drüben fungiert er als Mensch, als verherrlichter Mensch, als vollkommener Mensch und sein Herz schlägt mit den Empfindungen eines Menschen. Er weiß genau, was du durchmachst, weil er selbst ein Mensch war. Und deshalb musste er durch seine Leiden vollkommen oder vollständig gemacht werden. Denn als Gott kann er zwar barmherzig sein, aber um mit den Menschen mitfühlen zu können, muss man ein Mensch sein. Und deshalb ist Jesus Mensch geworden. Natürlich gibt es noch andere Gründe, um ein Erlöser zu werden. Nun zurück zum Thema. Gewisse Dinge können also nicht geschehen. In Kapitel 1 findet ihr, dass Satan gemeinsam mit den Engeln Gottes vor Gott trat. Es scheint, dass er ein Recht hatte, vor Gottes Thron zu treten. Gottes Thron ist heilig. Wer versteht das? Wie um alles in der Welt konnte also dieser gesetzlose Geist vor Gott treten? Die Sache ist die. Ich glaube nicht einen Moment lang, dass ihm dieser Zugang in unserem heutigen Zeitalter noch offen steht. Sehr gut. Ich glaube nicht,